Hallöchen, ihr war Nausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Resonant Rise Nummer 4 mit dem lieben 3 Gold zusammen. Hallo. Servus. So, ich habe den Fehler gefunden und zwar, der Detektor hat ein Signal an den Block darunter ausgegeben und hat damit im Prinzip ein Dauersignal gehabt oder gesendet. Deswegen hat er den Puls nicht mehr gekriegt. Wo ich den Block nämlich abgebaut hatte, ging es. Ich habe den Detektor jetzt mal versetzt und habe den einen Abstand gemacht und dann ein Kabel dazwischen geklemmt. Jetzt sollte es eigentlich ohne, auch mit dem Block funktionieren. Ich teste es mal. Ich packe mal die Canola Seeds mal wieder da rein. Und dann sollte der Dropper die jetzt auch kriegen. Ja. Da kriegt er sie und es läuft. Sobald Öl drin ist, kriegt der Sequencer dann ein Signal. Der Sequencer haut einen Puls raus. Und wer ist die Kiste? Sehr schön. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Oh. Im Prinzip ist das jetzt eine vollautomatisierte Ölproduktion. Also Crystallized Oil. Ähm, das kann man ja sogar noch einmal veredeln. Aber das lassen wir mal lieber mit dem Empowern. Ähm, das werden wir vielleicht irgendwann mal machen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Crystallized Oil als, ähm, komplett selbstständiges Teil hier im Prinzip. Mhm. Jetzt fehlt nur noch, dass die Farm auch, ähm, die Seeds produziert. Genau. Also auch Seeds raushaut. Dann würde nämlich auch die, der Reconstructor anfangen zu arbeiten und halt aus den Seeds diese, äh, Crystallized Seeds machen. Und, äh, dauert auch nicht mehr so lang. Wir haben schon fast dreieinhalb Stacks an Seeds hier da. Na dann. Das heißt, es wird bald soweit sein, dass Seeds auch produziert werden. Und dann kann der richtig loslegen, der Junge da unten. Mhm. So, dann werde ich noch zwei Ölgeneratoren bauen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal 600 F pro Tick am Laufen. 20 einmal Crystallized Öl sind schon drin. Sehr gut. Läuft. Das würde ich erst mal reichen für den Anfang. Ja, bis wir ein Bild haben, ne? Oh ja. So. Haben wir natürlich nichts von, war klar. Haben wir natürlich auch nichts mehr von, war auch klar. Krisch. Gut. So, ein paar Stickis. Davon vier Stück. Davon zwei. Jetzt brauchen wir noch zwei Exporter. Für unseren schönen Öl. Für unser schönes Öl. Mhm. Und wir haben keine Basic-Prozessoren mehr. Natürlich nicht. Eisen, Redstone und Siliko. Silikon haben wir wohl. Redstone. Was wollten wir jetzt in den ersten Stock packen? Ja. Ach so, Lager oder Autocrafting hatten wir gesagt. Gut. Jetzt hat die Frage, was macht Sinn. Was meinst du, Autocrafting? In den ersten Stock packen Autocrafting oder Lager? Ich würde sagen, erst mal Lager, oder? Ja, doch. So. Das war genau, weil du runter. Ich bin nur auf dem Link, ob ich mir das mal angucken soll, hat das von RF-Tools. Ach, der Fall falsch gab. Was hat sie da verändert haben? Würde mich immer interessieren, ne? Ne, solange man das mit dem RS-System verbinden kann. Das weiß ich nicht. Das kann mich für das Lager sein. Eventuell das Problemchen. So, dann gehe ich immer durch die falsche Tür. Fluid-Export fällig. Sehr gut. So, alle drei Generatoren laufen. Ja. Jetzt hast du eigentlich nur noch auf Seeds warten. Wenn Seeds da sind, macht er wirklich vollautomatisch im Prinzip Strom. Mhm. So. Dann haben wir schon mal 611 pro Tick im Endeffekt automatisiert. Gut, gut. So. Der Boden im ersten Stock ist schon mal fertig. Die Wände auch fast. Und dann, ja. Dann war's. Genau. Dann sind wir durch mit dem Pack. Genau. Dann machen wir ein anderes. Spiel auf PCBs Beyond oder so. Ne, Invasion. Invasion? Gibt's schon wieder ein neues? Aha. Ja, das ist, ähm, wie soll ich sagen. Es ist sehr schwer. Ungefähr alle Rezepte wurden geändert. Und, ja. Ja, so eine Art nach einer Apokalypse muss man schauen, dass man von der Erde runterkommt. Und es gibt... Ach, davon hab ich gelesen. Ja, und es gibt, wenn ich's richtig gesehen hab, keine normalen feindlichen Mobs, sondern halt Named Mobs. Ja, das ist, ähm, angelehnt an Revolution. Genau, das wollte ich sagen. Ja. Da hab ich gelesen von, genau, im Vizi-Biest-Forum hab ich davon gelesen. Mhm. Ja. Vielleicht, vielleicht aber ein Folgeprojekt von Skyfactor, wir mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie lange der Server noch läuft. Wie lange der Virus den Server laufen lässt. Mhm. So. Sehr schön. Genau. So, Lager. Die Frage ist natürlich, kann man EF-Tools mit was anderem verbinden? Ähm. Die Frage ist natürlich, kann man EF-Tools mit was anderem verbinden, wenn man EF-Tools mit was underem 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 verbinden, wenn man EF-T ja das ist eine gute frage kann man die verbinden und der elf tools hat auch auto crafting habe ich gerade gelesen der motto ist nämlich elf tools kontor stimmen ja da war was okay die frage wäre ist natürlich blöde komisch ist natürlich elf tools hat keine kabel das heißt wie kriegt man da zum beispiel items oder so raus also automatisch jetzt so wie ein exporter zum beispiel importer import ist jetzt nicht so schwer aber export zum beispiel das ist halt die frage da es sowas eigentlich nicht gibt oder nicht dass ich wüsste dass sowas gibt counter oder sind die ganzen sachen ja das ist wirklich eine gute frage flugelmodul gewillt zum beispiel da kannst du es nicht weit klicken und tank to set the target for this fluid module energy module energy module gibt es auch redstone storage control inventory keine ahnung genau doch von der menge genau so wir haben und doch haben also wir oder in ... ... ... ... ... ... ... Rocky, Rocky Bean haben wir noch nicht, leider. Das war's für heute. Okay. Hm. Ich guck gerade was. Perfekt. Hm, wir haben ja Tiny-Progression drauf. Hm, da könnte man doch was machen mit. Ja. So, äh... Hol ich jetzt Lava aus dem Neto oder... Äh, ne. Du fachst um die Sachen. Hatten wir ja nicht einen Mineneingang irgendwo? Ach ja, stimmt. Pardon, ja. Andere Seite. Wo haben wir hier unten ein bisschen Lava? Hm, 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 hm. Wo haben wir hier unten denn ein bisschen Lava? Das ist eine sehr gute Frage. Hm. Das stimmt. Ich glaube nicht, wir haben kein Cobblestone mehr. Ja, unter anderem, das wollte ich jetzt auch angehen. Cobblestone-Generator und Creeper und Puff. Ja, genau. Und... Wie Puff. Ja, und Creeper und Puff. Ach so. Aber ziehst du ja nicht erst? Ja. Ich guck mal, dass ich mir ein bisschen Obsidian hole. Damit wir eine Quantum-Stoach für... Zombie, na? Wo hast du denn irgendwelche geschlichen? Oh, noch einer. Damit wir eine Quantum-Stoach für Obsidian vielleicht haben. Ja. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Äh, ja, auch Obsidian, ähm, na, für Cobbl, natürlich. Ja, ist fast das Gleiche. Ich bin auch ein Arschloch manchmal, äh, mei. Geil, jetzt habe ich einen Obsidian rausgekriegt, super. Weil ich kein Wasserbein habe. Hey, supi. Und kein Eimer. Ach, nö. Hast du einen Eimer, Will? Ja, gleich. Das ist aber nett. Mhm. Ich höre irgendwo Wasser. Gleich da. Und wo bist du? An der Treppe. Mhm. Und einmal von oben. Der kühlt nicht mehr ganz runter. So. Wie schön. Dankeschön. So. Und nochmal das Ganze. Mit Wasser. Ach, ja. Gut. Jetzt bräuchte ich ein paar... Das will sie mir verarschen, oder? Bestimmt. Oh, hier sind zwei. Dann war noch was doof. Das funktioniert nicht so, wie ich das will. Ach, ja. Nehmen wir das. Das sieht viele Quicken aus. So, dann bräuchte ich... So, dann bräuchte ich... So, dann bräuchte ich... Ich hab da ein gutes Gedächtnis. Na dann. Ja, an guten Tagen hab ich das. Mhm. Keine Ahnung, ja. So, ähm... Essen. Genau. Ich brauche zu essen. Hunger! Jo, gibt auch. Äh, ach da. Erstmal der Tofu und Soja-Milch nachlegen. Genau. Genau. Popcorn. Ihh. Hm? Wir beteiligen dieses Wurzeln-Mitley. Bäh! Hört sich ja nicht laut an. Äh, ja. Allerdings. Äh, wir haben natürlich wieder nichts für eine Säcke Müll. Guck, du hast Korn pflegst. Äh, das haben wir. Gut. Toast. Aha. Ach, geht mal ein bisschen Fruchtsalat. Fruchtsalat geht immer. Genau. So. So. Quantum. Quantum. Storage. Bus. Ne. External storage heißt das. Mhm. Was man dafür wieder braucht, ey. So, also, da haben wir erst mal den, warte mal, achso. Könnte ich theoretisch schon mal ein Tier höher bauen? Ja. Eisen? Wettstöne? Mhm. Die Folge ist schon noch vorbei. Kannst du vielleicht? Von der Folge. Allerdings, ja. Die traut sich was. Ja, und da würde ich wieder sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like, da lasst ein Abo, da lasst einen Kommentar, da sonst wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, guckt beim Google rum. Link wie bei der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüssingen. Tschö. Tschö.